Wir machen einen ganz einfachen Versuch, bei dem wir sehr schön erkennen, dass aus zwei vorhandenen Elementen bei einer chemischen Reaktion ein ganz neuer Stoff entsteht. Und zwar haben wir Magnesium, das finden wir im Periodensystem der Elemente. Das sieht so aus, das ist ein Metall und dann Sauerstoff, das ist in der Luft. Wir nehmen also Mg plus O und das gibt eine chemische Reaktion mit Feuer. Das schauen wir uns jetzt hier an. Robin hält das in die Flamme, zündet sich sofort und wird sehr hell, da darf man nicht hineinschauen. Und dann entsteht so ein weisses Pulver, das wir aus der Turnhalle kennen. Die Elemente Mg plus O verbinden sich mit Sauerstoff zu Magnesiumoxid. Verbindungen mit Sauerstoff nennt man immer Oxide.